Für seine Traumfrau nimmt er alles selbst in die Hand. Seit rund zwei Jahren hat Alex Rodriguez, 43, nur noch Augen für eine Dame, Jennifer Lopez, 49. Während sich der Popstar und der ehemalige Baseballprofi zuletzt immer wieder hier ausredeten, wenn es um eine mögliche Hochzeit ging, machte der Sportler vor wenigen Tagen endlich Nägeln mit Köpfen, im Urlaub machte er schon einen Antrag. Den Kniefall soll Alex ganz alleine geplant haben, nicht nur bei der Frage aller Fragen soll der 43-Jährige nichts dem Zufall überlassen haben. Auch über den Klunkier, den er Jennifer bei ihrem Jahr an den Finner steckte, scheint sich Alex viele Gedanken gemacht zu haben, Geheimniskrämerei inklusive. Er hat mit dem Ring alles alleine gemacht. Es war eine komplette Überraschung für Jin, verrät ein Insider gegenüber People. Experten schätzen, dass der funkelnde Quadratische Diamantring mindestens 15 Karat hat und um die 5 Millionen Dollar, umgerechnet rund 4,4 Millionen Euro, wert ist. Damit die Sängerin keinen Wind von seinen Verlobungsplänen bekommt, habe Alex nur wenige Leute eingeweiht. Und habe dadurch genau das erreicht, was sie sich vorgestellt hatte, die 49-Jährige war vor Freude offenbar völlig aus dem Häuschen. Jennifer war total ekstatisch genau wie ihre Familie und Freunde, plauderte ein weiterer Informant aus. Jennifer war total ekstatisch genau wie ihre Familie und Freunde, plauderte ein weiterer Informant aus.